Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. einer neuen Podcast-Folge, wenn du dir das nur anhörst und nicht anschaust. Ich habe es mir hier auf meiner Couch bequem gebracht, mehr oder weniger. Und ich freue mich auf die heutige Episode, weil ich glaube, heute ist die erste Episode, wo ich mir ein bisschen Notizen machen musste, um mich zu erinnern, was ich erzählen will. Aber noch nicht mal Notizen im Sinne von thematisch, sondern weil ich über Punkte in meinem Leben erzählen möchte bzw. Ereignisse aus meinem Leben. Und deshalb, um da nichts zu vergessen, habe ich mir so ein bisschen was aufgeschrieben. Ich bin so gespannt, weil heute geht es darum, welche Verheißungen bzw. Prophetien, Eindrücke, die Gott mir gegeben hat durch sein Wort, durch meine Gedanken oder auch durch andere Menschen. Also Prophetien weitergegeben hat, welche davon in meinem Leben schon wahr geworden sind. Und ich sage es euch Leute, ich glaube, es gibt kein größeres Zeugnis, als das, was du in deinem eigenen Leben mit Gott erlebt hast. Und ich durfte schon ganz, ganz viel mit Gott erleben und er hat schon oft zu mir gesprochen. Wie gesagt, auch stark durch andere Menschen und dafür bin ich unheimlich dankbar. Und ich glaube, das kann so ermutigen. Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel bei anderen Leuten höre so, Gott hat das und das in meinem Leben gemacht. Er hat mir vor einem Jahr gesagt, ich werde einen neuen Job bekommen oder so und jetzt habe ich diesen Job. Und das ist für mich so ein großes Zeugnis, weil das legt Zeugnis von Gottes Güte und auch von seiner Existenz ab. Gerade wenn Leute irgendwie nicht an Gott glauben, so ey, schick dir in dieses Video oder diese Podcast-Folge und sag so, look at this. Es gibt Gott, es kann kein Zufall sein. Und es stehen immer noch ein paar Verheißungen aus, die Gott auch gegeben hat. Und darauf bin ich sehr gespannt. Da kommen dann ein paar Jahre hoffentlich eine Podcast-Folge zu. Aber jetzt erst mal so das, was ich bisher mit Gott erlebt habe. Und ich will dir sagen, das muss in deinem Leben nicht so sein wie in meinem Leben, aber echt betevoll dafür. Also ich glaube, Gott ist wirklich ein Gott. Er möchte mit uns kommunizieren. Er möchte mit uns sprechen. Er möchte Gemeinschaft und Kontakt mit uns haben. Und das hat sich vermehrt, diese Visionen, Eindrücke haben sich vermehrt, je mehr Zeit ich mit Gott verbracht habe. Ich glaube, wir erwarten voll oft so, Gott spricht, Gott sendet einen Engel, der mir das und das sagt, was ich machen soll, wie ich entscheiden soll. Aber wir verbringen keine Zeit mit Gott oder wir priorisieren keine Zeit in seinem Wort oder in der Gemeinde oder so. Oder mit Menschen, zu denen Gott spricht, damit er sie gebrauchen kann. Deswegen, ich glaube, das ist einmal ein wichtiger Punkt, den ich vorne absetzen möchte. Schau dir das nicht an oder hör dir das nicht an und denk so, oh Gott, wieso sprichst du nicht in meinem Leben so? Geh da in einen Prozess mit Gott. Ihr werdet sehen, die Punkte, die ich ansprechen werde, die kommen aus Prozessen. Diese Eindrücke oder diese Vision habe ich in Prozessen bekommen, wo es mir so dreckig ging, wo man sich manchmal gar nicht gedacht hat, dass Gott überhaupt da hörbar sprechen kann. Und Gott nutzt aber diese Seasons und diese Momente total oft, um da was Schönes draus zu schaffen. Ich durfte vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen auf einem Jugendgottesdienst sprechen in Baden-Baden. Und es war richtig, richtig stark, weil da habe ich teilweise auch so ein bisschen ausgegraben aus dem, durch was für eine Wüste ich gegangen bin und was für einen Punkt ich jetzt sein darf. Und da ist mir nochmal so voll aufgefallen oder auch eingefallen, an was für Momente Gott mich erinnert hat aus meiner Vergangenheit. Ich würde mal sagen, Gott hat irgendwann 2018, 2019, da habe ich meine Depression bekommen, da hat er so richtig angefangen, an mir zu arbeiten. Und davor war ich so ein bisschen so ein lauwarmer Christ, nicht nur ein bisschen, so richtig. Und ich bin so durch die Welt gegangen und gedacht, naja, irgendwie ist alles cool, ich gehe in die Gemeinde, ich glaube ja an Gott. Und dann hat es angefangen. Mir ging es so unheimlich schlecht, wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann kennst du meine Lebensgeschichte wahrscheinlich schon in- und auswendig. Ich erzähle oft von dieser Season, wo Gott mich aus Depression zur Freude hingeführt hat und in seine Herrlichkeit hinein und in wirklich ein Leben in Leichtigkeit, wo nicht immer alles super ist. Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Punkt in deinem Leben kommt und ab dann wird alles toll. Aber diesem Leben ging voll der Prozess voraus. Und das ist auch voll wichtig, dass wir das im Kopf behalten. Wir wollen immer alles schnell und wir wollen es jetzt. Aber ich werde euch von Sachen vorlesen, die hat mir Gott 2019 gesagt. Und die sind vielleicht erst drei, vier Jahre später eingetroffen. Also wir müssen manchmal echt geduldig sein, weil Gott will uns nicht komplett brechen. Und wenn er uns manchmal durch Prozesse gehen lassen würde, in einem Monat statt einem Jahr würden die uns vielleicht brechen und vielleicht würden wir uns von Gott distanzieren. Und er weiß, welches Timing perfekt ist und er weiß, welches Timing gut ist. Jetzt muss ich überlegen, mit was genau ich anfange, damit wir so ein bisschen so einen chronologischen Ablauf haben werden. Ich habe mir auf jeden Fall mal hier meine Notizbücher zur Hand genommen. Leute, wenn ihr euch eine Sache mitnehmt aus diesem Video, dann bitte, oder aus dieser Podcast-Folge, dann bitte fangt an, euch Dinge aufzuschreiben, die Gott euch sagt. Entweder auf dem Handy. Ich habe bei mir auf dem Handy einen Ordner in meinen Notizen ganz normal. Der heißt Word. Und immer, wenn Gott mir irgendwas sagt oder irgendjemand einen Eindruck für mich hat oder whatever, ich mache den Ordner auf, ich schreibe das Datum hin oben und dann schreibe ich mir auf, was Gott zu mir gesagt hat. Leute, dieser Ordner ist voll und es ist ein absolutes Zeugnis, weil ich lese auch später daraus vor und es sind einige Dinge davon eingetroffen. Einiges hat sich bewahrheitet von dem, was Gott mir gesagt hat. Deswegen schreibt euch Dinge auf. Dieses Buch, es ist wunderschön, dieses Notizbuch. Das war mein, ich würde nicht sagen allererstes, aber allererstes, wo ich dann so richtig angefangen habe, Beziehungen mit Gott zu pflegen. Da haben meine Depressionen angefangen, 2019. Und ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt ganze Sachen mit Gott. Keine halben Sachen mehr, kein lauwarm sein, sondern ich möchte jetzt wirklich all in gehen. Und dann habe ich mir so ein schönes Notizbuch gekauft. Und habe angefangen, da reinzuschreiben, meine stille Zeit zu machen. Wie süß, da habe ich am Anfang geguckt, da steht Papa-Zeit. Wie cute. Hier, der erste Eintrag ist vom 21.06.2019. Crazy, Leute. Also Juni 2019. Das ist fast fünf Jahre her. Krass. Also da haben meine Depressionen, ich glaube, ich hatte die da schon ungefähr einen Monat. Oder noch nicht mal. Also wirklich, es ging bei mir ja auch von jetzt auf gleich. Ich kann euch nicht erklären, wie das kam. Mir ging es gut, mir ging es gut, mir ging es gut. Ich habe mein Leben gelebt, habe gearbeitet, Sport gemacht und hatte meine Freunde und Connections, was weiß ich, was. Alles gut und auf einmal, zack, von jetzt auf gleich. Ich bin eins morgens aufgewacht und dann war es vorbei. Und das hat monatelang angehalten. Deswegen, das war richtig, richtig krass. Und da genau ist dieses Buch entstanden. Ich habe das immer so gemacht, dass ich meine Gedanken, ich habe immer das Datum hingeschrieben. Und das seht ihr vielleicht, ich halte jetzt meine Kamera. Und einfach meine Gedanken, wie es mir gerade geht, was mich gerade beschäftigt. Ganz oft sind hier Flecken von Tränen auch in meinen Notizbüchern drin. Das ist richtig krass. Und dann habe ich aber auch ganz oft die Bibelstellen, die ich gelesen habe zum Beispiel, dann, die Gott mir als Antwort zum Beispiel gegeben hat oder einfach als Eindruck, habe ich auch mit aufgeschrieben. Und das ist richtig spannend, wie oft die dazu gepasst haben, zu dem, was ich da vorher notiert habe, zu den Gedanken, die ich vorher geäußert habe. Und eines der interessanten, das war jetzt aber dann, glaube ich, schon im zweiten Buch, das war dann das zweite. Eines der interessanten Eindrücke, die Gott mir über diese Zeit gegeben hat, weil ich habe ganz, ganz oft Gott gefragt, vor allem am Anfang, was passiert hier? Was passiert mit mir? Wieso lässt du sowas in meinem Leben zu? Wieso bin ich als Christ in Depressionen? Wieso geht es mir nicht gut? Wieso kann ich nicht sagen, dass ich mich freue? Wieso habe ich das Gefühl, ich würde lieber sterben, anstatt weiterzuleben? Wieso ist dieses Lebensgefühl auf einmal weg? Was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht? Leute, ich hatte so viele Fragen im Kopf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dieses Fragen hat mich einfach dazu bewegt, näher zu Gott zu kommen. Ich habe erst mal keine Antwort darauf bekommen, bis ich verstanden habe, dass die Antwort oder dass dieses Fragen nach Gott suchen die Antwort war. Ich sollte nach Gott suchen. Ich sollte anfangen, nach ihm zu suchen, weil das war das, was Gott mit diesem Prozess auch erreichen wollte. Und ich habe mir nicht nur antrainiert, viel aufzuschreiben und stille Zeit regelmäßig zu machen. Das habe ich wirklich jeden Morgen gemacht. Deswegen habe ich das auch so drin mittlerweile. Sondern ich habe mir auch angewöhnt, mit Gott spazieren zu gehen. Und das ist eine unheimlich schöne Zeit, Leute. Ich würde euch das so sehr ans Herz legen. Geht mit Gott spazieren. Wirklich, nehmt ihr irgend, wenn es auch nur ein Abend in der Woche ist, jetzt wird es Frühling, Sommer, jetzt wird es wieder wärmer. Ich habe jetzt auch zu Gott gestern erst gesagt, ich will endlich wieder so abends spazieren mit dir gehen können, ohne dass es irgendwie schon so um sechs Uhr dunkel ist. Und dass es auch nicht mehr so kalt ist und da freue ich mich richtig drauf. Da möchte ich das auch jetzt ein bisschen öfter wieder machen, weil im Winter mache ich das nicht so mega oft, ehrlich gesagt. Aber das ist auch so ein Ding zwischen Gott und mir geworden. Wir haben so unsere Feldwege. Es gibt Feldwege, Leute, auf denen stand das so getehrte, da stand ich auf Knien und habe geheult und habe geschrien. Da war zum Glück niemand um mich. Also such dir am besten einen Ort, wo du beten kannst, wo du schreien kannst, wo du weinen kannst, wo nicht unbedingt so viele Leute an dir vorbeilaufen. Und verbring da Zeit mit Gott. Wirklich, es ist in der Natur nochmal, finde ich, ein ganz anderes Gefühl. Und Gott spricht in der Natur. Krass, Leute, wirklich. Gott hat durch Grashelmer zu mir gesprochen. Wirklich, ich werde euch gleich Beispiele geben, was ich meine. Es ist eine super intensive Zeit. Also wenn du möchtest, dass Gott zu dir spricht, schaff euch beiden einen Raum. Schaff euch beiden eine Umgebung, dass du ungestört zuhören kannst. Schalte alles auf, fahr alles runter, lass dein Handy zu Hause und geh mit Gott spazieren. Super, super wichtiger und wirklich Herzensempfehlung, wichtiger Tipp. Wo ich jetzt kurz anknüpfen möchte, das war dann schon im Mai 2020, also 20, ein Jahr später sozusagen, wo ich gerade angefangen habe zu erzählen. Zu dem ersten Buch komme ich gleich noch zurück. Also ich weiß nicht, wie chronologisch das Ganze jetzt hier sein wird. Und ich bin mit Gott spazieren gegangen. Das ist in meinem Notizbuch auch aufgeschrieben. Da habe ich sogar so einen Weizenkorn aufgemalt. Ihr werdet gleich verstehen, wieso. Ich bin spazieren mit ihm gegangen. Ich glaube, es war auch um so eine Frühlingszeit wie jetzt. Und die Felder waren noch unbesät. Also da war noch Erde. Man hat noch nicht gesehen, was da wächst. Und das hat so gut meinen aktuellen Zustand irgendwie. Es war so schmuddelig, es war so dreckig. Es hat so gut meinen aktuellen seelischen Zustand wieder gespiegelt. Und ich habe so gespürt, wie der Heilige Geist zu mir sagt, ich weiß, dass du dich jetzt gerade so fühlst, wie diese Samen unter der Erde. Und ich war so, wow. Okay, krass. Ja, schon. Es ist dunkel. Es ist düster. Ich fühle nichts. Ich spüre nichts. Ich sehe nichts. Ich bin gebrochen. Ich bin wie so ein kleines Würmchen da unter der Erde. Und Gott hat gesagt, und das ist richtig krass, ein Same muss erstmal in den Boden fallen, sterben, zerbrechen, damit aus ihm Frucht wachsen kann. Leute, ich glaube, das ist also wirklich eines der krassesten Worte, die mir Gott jemals gegeben hat, beziehungsweise mit denen er meine Situation oder meine Season am besten beschrieben hat. Und ich habe das so nachvollziehen können. Ich konnte so relaten. Ich so, ja, ich sterbe gerade mir selbst. Ohne Witz, Leute. Dieser Prozess war so dazu da, dass ich einfach, dass in mir alles Egoistische, alles, was selbstsüchtig gelebt hat, einfach abstirbt, demütig wird und sich nach Gott ausschreckt und anfängt, wahrhaftig nach Gott zu suchen. Und ich bin Gott dankbar, dass er solche Wege gewählt hat, weil ich glaube, anders hätte ich es nicht verstanden. Anders wäre ich selber diesen Weg der Demut gar nicht gegangen. Ich bin Gott dankbar, auch wenn es für ihn wahrscheinlich auch sehr hart war, was er mir auch oft gesagt hat, ich weine mit dir mit. Ich bin mit dir da in diesem Leid, aber ich sehe, dass danach was Gutes daraus resultiert. Ich sehe die Frucht, die danach daraus entsteht. Und deswegen lasse ich dich in diesen kalten Boden fallen, weil ich von oben auf dich schaue und dich bewässere. Ich möchte derjenige sein, der dich begießt, okay? Nicht irgendwelche Schädlinge oder irgendein Gift oder irgendwas, was dein Wachstum stoppen könnte. Ich spreche jetzt geistlich, ja, ich hoffe, ihr versteht den Vergleich. Gott muss derjenige sein, der dich bewässert. Gott muss derjenige sein, nicht irgendwie irgendeine falsche Flüssigkeit. Irgendwelche Schädlinge, irgendwelche falschen Freunde, falsche Connections, falsche Beziehungen, Sünde in deinem Leben, Süchte. Ich hatte so viel, was einfach gehemmt hat, dass ich geistlich wachse. Und da habe ich verstanden, okay, ich muss in dieser Erde nicht nur zerbrechen, damit aus mir diese Frucht entstehen kann und dieser, wie nennt man das, Weizenkorn wachsen kann, sondern ich muss auch verstehen oder entscheiden, wer mich bewässert. Ob ich bereit bin zu sagen, okay, Gott, nur du darfst mich bewässern, nur mit dir möchte ich wachsen, nur zu dir hin möchte ich wachsen. Das habe ich auch gelernt in dieser Zeit. Zu Gott hin zu wachsen, nicht noch tiefer in die Erde, sondern du willst ja aus dieser Dunkelheit raus. Du willst ja aus dieser Dunkelheit raus und deswegen habe ich gelernt, zu ihm hin zu wachsen. Auch wenn ich noch nichts gesehen habe, das ist dieses blinde Vertrauen. Du fühlst nichts, du sitzt manchmal mit deiner Bibel morgens oder abends oder mit deinem Buch und schreibst irgendwas auf. Du fühlst gar nichts, du bist im Lobpreis, du fühlst gar nichts, es ist alles tot, es ist taub, dir ist alles gleichgültig. Da lernst du blindes Vertrauen. Leute, vertraut mir, ich habe es gelernt und es rentiert sich zu 100 Prozent. Und jetzt, wenn ich irgendwas nicht fühle, mir ist das so egal, ich weiß, Gott ist trotzdem da. Ich hinterfrage das nicht mehr. Ich bin da nicht mehr so, dass ich sage, ich fühle nichts mehr. Oh Mann, du berührst mich nicht mehr, du bist nicht mehr da, du hörst mir nicht mehr zu. Nee, ich habe gelernt, Gott blind zu vertrauen, auch in solchen Situationen. Deswegen, guck, wo du hinwächst. Wo wächst du hin und wer bewässert dich? Das war so dieser wichtige Aspekt, den ich in dieser ersten Season lernen durfte. Und dann, ein paar Wochen später oder Monate später, ich weiß nicht, wie schnell diese Abstände da waren oder wie schnell so ein Weizen wächst, bin ich wieder auf dieses Feld gegangen. Und da habe ich dann schon gesehen, oh, die sind schon gewachsen, die Weizenkörner. Die sprießen schon hoch. Und dann hat Gott gesagt so, wir wachsen, wir wachsen, du wächst, du wächst geistlich. Ich sehe das, ich merke, du streckst dich nach mir aus, ich sehe das. Und Gott hat das wirklich immer für mich mit diesen Weizenkörnern verglichen. Und das ist für mich immer noch so ein besonderer, emotionaler Moment, wenn ich dann irgendwo spazieren gehe und ich sehe dann diese Weizenkörner, die da gewachsen sind, denke ich jedes Mal daran, was Gott damals zu mir gesagt hat. Das ist ein unheimlich schöner Vergleich für mich. Und dann bin ich wieder eine Zeit später auf dieses Feld gegangen und da waren die Erden schon komplett reif. Und dann hat Gott zu mir gesagt, bevor er, das habe ich mir sogar hier an meinem Handy, glaube ich, aufgeschrieben, das war dann im Juli, seht ihr, zwei Monate später, 19. Juli 2020, ein Bauer erkennt eine reife Ehre daran, dass sie ihren Kopf gebeugt hat. Und versteht ihr, diese Ehren, die so wachsen, die sind ja dann nicht komplett gerade, sondern irgendwann senken die so ihren Kopf, weil die Körner, die da oben drin sind, schwer werden. Versteht ihr, was ich meine? Und daran erkennt man, okay, bald wird abgeerntet. Und dann hat Gott zu mir gesagt, die Vollendung dieser Season, dieses Prozesses wird Demut sein. Und da habe ich verstanden, was er mir gerade beibringt. Demut, demütig zu sein, mich zu demütigen, mich unter seiner Hand zu demütigen, seinen Plan anzunehmen. Mein Plan abzulegen, abzugeben, zu sagen, okay, boah, auch wenn ich es gerade ehrlich gesagt gar nicht fühle und gar nicht sehe, ich lege dir meinen Lebensplan hin. Das, was ich vorhatte, das, was meine selbstsüchtigen Wünsche waren, ich gebe das ab. Und Leute, ich habe kein Ziel gehabt, wo Gott gesagt hat, irgendwann wirst du die und die Person sein. Irgendwann wirst du Gäller sein und du wirst einen Podcast haben. Ich habe dieses Ziel nicht gehabt. Gott hatte das. Was wollte er von mir? Blindes Vertrauen und Demut. Und ich bin Gott unheimlich dankbar, dass er mir das beigebracht hat. Und dann hat er mir gesagt, und das habe ich hier in meinem Buch aufgeschrieben, Ernte bedeutet nicht das Ende, sondern, dass der Weizen dann abgeerntet wird, weiterverarbeitet wird zu Brot, das dann Menschen nährt. Und Gott hat zu mir gesagt, du, ich werde irgendwann durch dich Menschen nähren. Leute, ich kriege Gänsehaut wirklich, weil es ist einfach eingetroffen. Wisst ihr, was ich meine? So, ich bin einfach Brot geworden. Aber du willst nicht einfach so Brot von heute auf morgen, sondern ich war irgendwann unter der Erde, unter einer schmutzigen Erde, wo es dunkel war, wo niemand mit mir, da war niemand. Ich war da alleine mit Gott. Und manchmal muss Gott uns an diesen dunklen Ort bringen, wo er alleine mit uns sein kann. Renn nicht aus diesem dunklen Ort raus. Verteufel das nicht direkt. Oh, ist alles schlecht, ich bin dämonisiert. Nein. Vielleicht will Gott einfach mal nur mit dir alleine sein. Und das ist vielleicht der einzige Weg, wie er dich mal nur alleine für sich haben kann. Vielleicht geht es dir gerade schlecht, weil du lernen sollst, dass nur Gott die Quelle deiner Freude ist. Das musste ich lernen. Auf harte Weise. Aber ich musste es lernen. Und ich habe es gelernt. Gott hätte mich niemals gebrauchen können, wie er mich jetzt gebraucht, wenn da noch so viel von mir in diesem Samen gewesen wäre. Verstehst du, was ich meine? Und letztens habe ich dieses Beispiel mit dem Samenkorn auch auf dem Jugendgottesdienst erzählt, wo ich gepredigt habe. Und danach kam eine Frau zu mir, voll süß, und sie hat zu mir gesagt, boah, das war so ein guter Vergleich mit dem Samengelam. Und ich will dir sagen, du bist ein richtig, richtig leckeres Brot, mit dem uns Gott gerade nährt. Ich fand das so süß. Auch voll ermutigend, wisst ihr. Ich denke mir so, Gott, du hast von Anfang an gesehen. Ich habe geweint, ich habe gelitten, aber du hast von Anfang an gesehen und du hattest einen Plan. Ohne Witz, wenn du gerade zuhörst, ich will dich einfach nur ermutigen. Gott hat einen Plan. Vertrau ihm dein Leben an. Du verlierst damit gar nichts. Du verlierst vielleicht dein Leben, was du gedacht und geplant hast, aber du gewinnst sein Leben für dich. Und was will er für ein Leben für dich? Ein Leben in Fülle und ein Leben in Überfluss. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle hier superreich werden. Das kann auch finanzieller Segen sein, aber es ist so viel schöner, in einer puren Abhängigkeit von Gott zu leben. Das erfüllt dein Herz, weil wir dann verstanden haben oder weil wir dann erst da hineinkommen, wozu wir erschaffen wurden. Nämlich für Abhängigkeit und Beziehung mit Gott. Dann kommen wir dahin, wozu wir erschaffen wurden. Nach seinem Ebenbild. So, jetzt fange ich schon an zu preachen. Wir kommen zurück zu den Verheißungen. Also das mit dem Weizenkorn, das ist echt so ein sehr, sehr, sehr starkes Bild, was mich durch diese Season wirklich getragen hat. Vielleicht trägt es dich auch durch deine. Fang wirklich an, dafür zu beten, dass dir Gott Visionen schenkt, dass er dir Verheißungen gibt, dass er wirklich zu dir spricht. Und schaff ihm diesen Raum dafür, dass er reden kann. Wirklich, hör hin. Schreib das auch alles auf. Ich habe mir manchmal Dinge aufgeschrieben, die habe ich gar nicht verstanden. Gar nicht. Und jetzt lese ich das und ich denke mir so, boah, jetzt macht das so einen krassen Sinn. Das ist ein absolutes Zeugnis, wenn man das alles verschriftlicht hat, Leute. Dazu möchte ich euch auf jeden Fall ermutigen. Ich habe von einer Freundin, das ist auch noch sehr passend dazu, in dieser Zeit einen Eindruck bekommen. Sie sagt jetzt zu mir, boah, ich habe irgendwie voll das Gefühl, das dir weiterzugeben, dass du gerade wie so eine Raupe bist. Und diese Raupe wird irgendwann zum Schmetterling. Aber davor ist in diesem Kokon. Genau wie, genau wie mit dem unter der Erde. Wisst ihr, ich liebe das so sehr. Genau wie zum Beispiel auch Ehe ein Sinnbild dessen ist, wie Beziehung zu Gott ist, finde ich so schön, wie in der Natur so oft Prozesse sind. Zum Beispiel der Same, der in den Boden fällt und dann wächst. So oft, wie es auch bei uns geistlich ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde es so schön, Gott ist so kreativ, dass er durch die Natur zu uns sprechen kann und dass sich so viele Parallelen voll oft irgendwie auch bilden in der Natur und auch im Geistlichen. Das finde ich richtig, richtig stark. Und sagt jetzt zu mir, es wird eine Zeit kommen, da wirst du schlüpfen, da wirst du ein Schmetterling sein und fliegen können. Und ich habe das gar nicht gefühlt, weil ich mir dachte, nee, ich fühle mich gerade gar nicht wie ein Schmetterling, der fliegt. Und das hat mir aber so Mut gemacht, weil ich wusste, ja, es wird irgendwann eine Zeit kommen, da werde ich fliegen und da werde ich mich nicht mehr so wie eine Raupe fühlen. Da werde ich aus diesem Kokon ausbrechen können. Ich habe hier in diesem Notizbuch, wenn ich das jetzt hier gerade schon mal aufgeschlagen habe, ich blätter mal kurz weiter. Wisst ihr, Gott hat mich durch diese ganze Season zu einem Punkt gebracht, wo ich Folgendes sagen konnte. November 2020. Okay, ich gehe mit dir. Mit deinem Plan, mit deinem Ziel. Mit deiner Leitung, deiner Führung, deinen Wünschen. Ich gehe jetzt nach deinem Herzen. Ich lasse meinen Plan los, damit du freie Hand hast, mich mit deinem Plan zu überraschen. Ich nehme alle Erwartungen, Wünsche, eigene Pläne und Ziele zurück. Zeig du mir deinen Willen. Zu so einem Punkt, sowas hätte ich vor ein, zwei Jahren, da davor, vor diesem 2020 Jahr, hätte ich sowas niemals aufgeschrieben. Gott war nicht so jemand für mich, dem ich gesagt hätte, dein Wille geschehe. Das war Gott nicht für mich. Es war mir wichtig, dass mein Wille geschieht, dass meine Pläne funktionieren, dass meine Beziehungen, dass meine Partnerwahl funktioniert und nicht das, was Gott für mich vorbereitet hat. Das war mir wichtig. So glücklich zu werden, dem Glück nachzuwirken, das war mein Ziel. Aber mein Ziel war nie zu sagen, ich lasse meinen Plan los, damit du freie Hand hast. Das konnte ich niemals sagen. Und da konnte ich es. Wieso? Weil ich durch diesen Prozess gegangen bin oder in dem Fall eigentlich noch gegangen bin. Also das war noch sehr aktuell, dieser Zustand, in dem ich war. Aber es wurde von Monat zu Monat besser. Oder zumindest hat sich mein Fokus geschiftet von, oh mein Gott, mir geht es so schlecht, ich bin depressiv. Hat sich geschiftet, obwohl der Zustand gleich geblieben ist, hat sich mein Fokus von diesem negativen, meinen menschlich gesehen negativen Zustand geschiftet auf, Gott, der meine Hilfe ist. Und das ist wertvoll. Das ist ein wichtiger Shift. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Sieh diese Situation mal aus Gottes Augen. Vielleicht gebraucht er sie gerade für ein höheres Ziel. Das ist etwas, was ich über die letzten vier, fünf Jahre meines Lebens schreiben kann. Er hat das zu einem höheren Ziel gebraucht. Okay? Wir kommen noch dazu, zu welchem Ziel er das gebraucht hat. Ich glaube auch hier irgendwie auf der letzten Seite habe ich auch noch irgendwas aufgeschrieben. Das war dann ein paar Tage später. Ich liebe diese feste Zuversicht, die du gibst, dass du weißt, was da noch kommt. Dieses tiefe Etwas in einem, das Hoffnung gibt, durchzuhalten, auch wenn man keine Kraft und Motivation dazu findet. Aber du bist mein Halt. Der, der mich trägt, auf Händen, durch den Tag und der mich nie alleine lässt. Das sind so ein bisschen die Gedanken, die ich immer aufschreibe, wenn ich meine stille Zeit mache, mittlerweile auch immer noch. Ich schreibe einfach auf, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Ich schreibe Dinge auf, die mich gerade bewegen. Ich sage Gott was. Ich drücke ihm meine Liebe aus. Das ist so ein bisschen das, wie ich meine stille Zeit auch gestalte. Deswegen wollte ich euch so ein ganz bisschen was daraus vorlesen. Das ist natürlich, also wirklich 0,1 Prozent von dem, was hier drin steht. Ihr seht, dieses Buch ist richtig lang und es ist super vollgeschrieben, super markiert. Ganz viele Bibelstellen und Querverweise und was weiß ich was. Aber Leute, das war eine Season, wo Gott an mir gearbeitet hat. Wirklich. Und das ist so, 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 so wertvoll. Ich möchte auch euch noch gerne aus dem, bevor wir in die, in andere Visionen und Eindrücke reingehen, noch kurz bei den Notizbüchern hierbleiben, weil als meine Depression angefangen hat 2019, da ist meine Mama mit mir in den Chiemsee gefahren, weil mir ging es wirklich so schlecht. Ich dachte mir, also ich wusste gar nicht, was mir helfen soll und meine Mama dachte, okay, wir fahren jetzt irgendwie mal ein bisschen raus, weil zwei, drei Monate sind schon vergangen, seitdem die Depression angefangen hat und sie wusste nicht, was sie mit mir anfangen soll. Für sie war das selber neu, für sie war das auch ganz schlimm, mich so zu sehen, weil ich war wirklich einfach tot. Ich war eine laufende Leiche, so. Für alle, die, die schon mal Depressionen hatten, die wissen, von was ich rede, das ist kein Zustand, den man sich wünscht. Ich wünsche das nicht mal meinem schlimmsten Feind, ich wünsche das niemandem. Es ist wirklich, also eigentlich ist es überhaupt nicht lebenswert und das habe ich auch ganz oft gesagt, so, boah, eigentlich habe ich keinen Bock mehr zu leben. Und dann ist meine Mama mit mir an den Chiemsee gefahren und ich erinnere mich noch so gut an diesen Tag. Wir hatten ein Apartment gemietet und meine Mama war entweder draußen oder in einem anderen Zimmer und ich saß in diesem Wohnzimmer am Tisch mit meinem Notizbuch, was ich ein paar Wochen davor erst angefangen hatte. Also es waren erst so die ersten paar Seiten. Es waren so die Anfänge von diesem Demütigungsprozess oder diesem Schleifungsprozess. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe versucht, Zeit mit Gott zu verbringen, wobei es sehr schwer war, weil ich wirklich gar nichts gefühlt habe. Und ich habe meine Gefühle und meinen aktuellen Zustand aufgeschrieben. Und als ich mich für diese Predigt von vor zwei Wochen vorbereitet habe, hat Gott mich daran erinnert, dass ich dieses Buch mal rauskramen soll und mal darin lesen soll. Und dann habe ich das gemacht. Und wir sind so krass die Tränen gekommen. Ich denke wahrscheinlich, jetzt wird es weniger emotional, weil ich es schon mal gelesen habe. Aber Leute, es ist so stark, weil ich habe meine Gedanken aufgeschrieben und dann habe ich eine Seite umgeblättert und sehe, dass hier auch noch eine ganze Seite vollgeschrieben ist. Aber nicht meine Gedanken an Gott, sondern Gott hat durch mich seine Antwort auf das aufgeschrieben, was ich vorher notiert hatte. Ich lese euch gerne beides vor, wenn ihr ready seid. Ich habe geschrieben, das war im Juli 2019. Hey Papa, ich vermisse es so sehr, unsere Beziehung von früher, so sehr. Ich will genau das Lebendige wiederhaben, was wir hatten. Aber ich habe alles kaputt gemacht, alle schönen Momente zerstört, weil mir so viele andere Dinge wichtiger waren. Ich würde am liebsten schlafen für die nächsten Monate, einfach durchschlafen. Bis mein Zustand endlich besser wird und diese Depressionen endlich aufhören. Ich habe keine Kraft, in solchen Momenten dagegen anzugehen. Ich kann nicht mal beten, geschweige denn, mich auf dich konzentrieren. Es ist, wie wenn jemand mich komplett ausgeschaltet hätte. Ich will das wirklich nicht mehr. Zeig mir einen Weg daraus, bitte. Ich flehe dich von Herzen an, bitte. Leute, das wirklich, das sind mir, ich saß da, ich erinnere mich so gut noch, das ist schon so lange her, aber ich erinnere mich noch so gut. Ich saß da wirklich da, ich habe geheult. Ich dachte mir so, das kann nicht das Ende sein. Das kann nicht das Ende von meinem Leben sein. Ich bin doch Christ, ich bin doch gläubig aufgewachsen. Ich kenne Gott doch. Es kann doch nicht sein, dass er mich alleine gelassen hat und dass ich jetzt noch nicht mal im Zustand bin zu arbeiten oder irgendwie, ich war wirklich einfach tot. Ich habe so viele Fragen im Kopf gehabt. Ich wollte einfach nur, dass das endet. Und Gottes Antwort darauf war, du bist wertvoll. In meinen Augen bist du eins der schönsten Geschöpfe. Dein Mann wird so glücklich sein, wenn er dich haben wird. Du bist mein persönlicher Inbegriff von Schönheit und es ist kein Makel an dir. Wie viele Edelsteine ich doch erschaffen habe und deine Schönheit kommt ihnen nicht ansatzweise gleich. Du bist das, womit ich bei allen angeben würde und das, worauf ich so stolz bin. Ich bin so froh, wenn du mich Papa nennst und mir dein Herz öffnest. Ich weiß, da sind so viele Wunden und dennoch erzählst du mir alles. Das macht mich zum stolzesten Vater der Welt. Tochter, ich liebe dich. Ich habe dich dazu erschaffen, dich zu lieben und eine Beziehung mit dir zu haben. Vergiss nie, dass ich meinen Sohn genau für dich gegeben habe. Es gibt nichts, das ich nicht tun würde, um dich zu retten. Du machst das gut. Keep going. Don't give up. Ich bin auf deiner Seite. Ich habe mich nicht von dir abgewandt. Niemals. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand führe ich dich. Halte sie fest. Lass sie nicht los. Ich bin bei dir. Alle Tage. Bis an der Weltende. Das ist so krass, Leute. Oh Mann. Hat mich doch ein bisschen umgehauen. Oh Mann. Wirklich. Wenn ich das lese und mich in diesen Zustand hineinversetze, in dem ich damals war. Das ist so heftig, dass Gott gesprochen, Gott hat gesprochen, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es nicht, es war wie, es kam nicht an mich ran und er hat trotzdem gesprochen. Er war trotzdem da, auch wenn ich es so gar nicht gefühlt habe. Und vielleicht ist es genau für dich gerade heute so. Vielleicht bist du genau in dieser Situation, in der ich damals war und du fühlst es so gar nicht. Und du denkst dir nur so, Gott, wann hat das alles hier endlich ein Ende. Er ist da. So, nimm diese Worte mal. Spul, wenn es sein muss, zurück. Und hör dir das nochmal an. Das, was Gott mir gesagt hat, das möchte er dir heute auch sagen. Wirklich. Er liebt dich. Er hat dich zur Beziehung mit ihm erschaffen. Er sagt dir, nicht aufgeben. Ich habe einen Grund mit diesem Prozess, in dem du dich gerade befindest. Das passiert nicht umsonst gerade. Fang an, mich zu suchen. Das ist der Schlüssel. Da raus. Aber noch nicht mal da raus, sondern da durch. Versteht ihr? Wir wollen so oft Prozesse skippen, weil sie uns wehtun und weil sie uns unangenehm sind. Aber Gott kann nicht einfach sagen, wir skippen das, weil dann ist das Endresultat nicht das gleiche. Dann bleibst du gleich. Dann veränderst du dich nicht. Gold wird in Feuer geläutert. Und das ist wirklich etwas, wodurch ich gegangen bin. Einfach Feuer. Vielleicht fühlst du mit mir, aber Gold wird nur in Feuer geläutert. Und ich bin dankbar, dass er mich geläutert hat, dass er mich gereinigt hat, dass er mein Herz auf sich ausgerichtet hat. Und nicht mehr nur mehr auf mich. Deswegen hoffe ich sehr, dass dich das, das war mir irgendwie noch wichtig, das euch vorzulesen, dass dich das ein bisschen ermutigt hat. Wirklich Leute, diese Hefte, diese Bücher sind einfach ein Zeugnis. Ich werde sie aufbewahren und später meinen Enkeln vorlesen. So, ich trinke mal einen Schluck Kaffee, bevor wir weiter skippen. Nicht skippen, sondern jumpen. Ich liebe es, dass es gerade so schön hell ist bei mir in der Wohnung. Ich habe es mal geschafft, ein Video aufzunehmen. Nicht nachts oder abends, sondern einfach auch mal tagsüber. Schön, oder? Das ist das Tolle, wenn man frei hat. Ich hatte auch ähnlich zu dieser Zeit, also Gott hat angefangen, sehr viel in dieser Zeit zu mir zu sprechen durch solche Bilder. Entweder hatte ich die Eindrücke selber in meiner schönen Zeit, in der Bibel irgendwelche Gleichnisse, die ich voll gut ableiten konnte in meiner Situation. Oder, ja, durch andere Menschen. Und da hatte ich so einen Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich das so als Bild gesehen habe, wie so ein Film vom geistigen Auge, wisst ihr? Oder, ob das ein Traum war. Aber ich glaube nicht, dass das ein Traum war. Das war so eine Vision, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann das war. Auch zu so einer ähnlichen Zeit, würde ich mal sagen. Und ich habe gesehen, wie ein Auto gefahren ist. Ein Auto steht sinnbildlich sehr, sehr oft für dein Leben. Ein Auto ist gefahren, 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 gefahren. Und auf einmal stand da mitten auf dem Weg eine super große Wand bis ganz nach oben. Und das Auto ist komplett gegen die Wand gecrashed. So komplett. Und dann, obviously war ich in diesem Auto, also bin gefahren, bin ausgestiegen. Und ich so, oh nein, das Auto kaputt, die Wand ist ein Loch und alles gecrashed. Und so ein bisschen das, was ich ja jetzt erzählt habe, könnte man gut ableiten. Okay, ja, das war echt irgendwann ein Punkt in meinem Leben. Mein Leben ist einfach zusammengecrashed. Einfach so komplett zusammengefallen. Und dann stand ich da und alles ist vor mir einfach zusammengebrochen. Und dann hat Gott mich in dieser Vision weitergeführt und hat mir gezeigt, guck mal, da ist ein Loch entstanden in dieser Backsteinwand aufgrund des Aufpralls. Und dadurch, dass jetzt da ein Loch ist, kannst du durch die Wand hindurch gehen. Und dann konnte man auf die andere Seite sehen, hinter der Wand, und da stand ein neues Auto. Ein viel besseres Auto, als das, was davor war. Sprich, Gott hat schon Hoffnung gegeben in dieser Zeit, wo ich mich befunden habe, in dieser strecklichen Zeit. Hat er mir Hoffnung gegeben, dass es da einen Weg gibt, auf die andere Seite, A. Und B, dass auf der anderen Seite etwas Besseres wartet, als das, wie du davor gelebt hast. Die Lebensqualität wird besser. Und irgendwann mal habe ich Gott gefragt, weil es hat sich für mich nicht schnell genug verändert, diese Lebensqualität. Ich habe Gott gefragt, wie komme ich durch diese Wand, wie komme ich durch dieses Loch, wieso gehen wir da nicht einfach durch? Wann bin ich endlich auf der anderen Seite? Und passt auf, was mir Gott gesagt hat. Das habe ich aufgeschrieben. Hier. Juni 2020. Also um genau die gleiche Zeit, wie ich euch gerade erzählt habe von diesen Ehren und sowas. Da hat Gott mir gesagt, du kannst erst durch das Loch in der Wand gehen, wenn du dich beugst. Erst dann gelangst du auf die andere Seite. Walk humble before me. Humble yourself under the mighty hand of God. Crazy. Wie ich schon vorher auch gesagt habe, das passt so gut, diese ganzen Worte passen so gut zusammen. Guckt mal, Monate danach hat er mir wieder irgendwie was über Demut gesagt. Also seht ihr, das zieht sich wie so ein roter Faden, dieses Thema Demut, wirklich so sich selbst zu sterben, sich zu demütigen unter Gott. Das ist wirklich ein krasser Prozess, weil das bricht unseren Stolz. Das bricht deinen menschlichen Stolz und wir wollen unseren Stolz nicht aufgeben, ganz oft. Und deswegen ist es schmerzhaft. Aber ich habe verstanden, okay, es gibt also etwas, was ich an meinem Charakter verändern muss oder was Gott an meinem Charakter verändern muss, damit, dass es der Schlüssel sein wird. Weil, versteht ihr, da wo dieses Auto in die Wand gecrushed ist, das ist ja nicht irgendwo oben, sondern das ist genau da, wo das Auto auch gefahren ist. Also knapp über der Straße oder so, direkt über der Straße. Und ich kann ja nicht einfach so straight durchlaufen, ich bin ja nicht so klein. Das bedeutet, ich hätte mich bücken müssen, um durch diese Wand zu kommen. Und das war etwas, was Gott mir gezeigt hat. Wir befinden uns gerade in einem Prozess, der, ich sag mal Demütigung, das hört sich so sehr, so punishing an. Aber im Sinne von, er möchte mir beibringen, was seine Definition von Demut ist. Und dass das einfach in meinem Charakter noch ein bisschen gefehlt hat. Oder vielleicht auch ganz viel gefehlt hat. Und am 19.07., was habe ich mir da noch aufgeschrieben, das war glaube ich, war das ein Monat später? Ach genau, da habe ich das dann mit der Erde nochmal aufgeschrieben, das habe ich euch vorhin schon gesagt. Also richtig krass, das ist alles so miteinander verwurzelt gewesen. Die ganzen Eindrücke, Visionen und Bilder, das ist so interessant. Wenn Gott spricht, dann legt sich alles wie so ein Puzzle zusammen. Das war auch etwas, was er mir mal gesagt hat, so, ich lege das Puzzle zusammen. Das musst du nicht selber machen. Du wirst merken, das Puzzlestück passt da dazu. Und dann siehst du, oh, es ergibt langsam ein Bild. Hm, was macht Gott als nächstes? Zack, diese Charaktereigenschaft verändert. Okay, krass, was ist als nächstes dann? Zack, diese Redensart verändert. Okay, was ist als eine Charakterschule ist das, Leute? Das ist Charakterschule, wirklich. Ich habe Gott mal gefragt, ob es für mich dann ist, auf eine Bibelschule zu gehen. Boah, deswegen war ich vor drei, vier Jahren. Oder auf eine Jüngerschaftsschule oder so. Und er sagt so, nee, du bist in der Schule des Heiligen Geistes. In der Alltagsschule des Heiligen Geistes. Was nicht bedeutet, dass man nicht auf eine Bibelschule gehen sollte. Für mich war es nicht dran. Weil er gesagt hat, ich möchte mit dir in deinem Leben durch diese Prozesse gehen. Und das bedarf länger als nur ein Jahr. Das waren wirklich zwei, drei Jahre, wo Gott mich wirklich geschliffen und geformt hat. Das macht er immer noch. Er arbeitet immer noch an unserem Charakter. Das ist, glaube ich, ein Lebensprozess. Aber so wirklich diese Grundbausteine, auch Thema Vergebung und so. Das ist auch alles das, was er in meinem Leben bearbeitet hat, als ich in dieser Phase war. Wo ich meinem Vater vergeben konnte und, und, und. Also es war ein sehr, sehr, sehr wichtiger Demutsprozess, durch den ich da gegangen bin. Wir machen weiter mit Entweisungen und Visionen, die Gott mir gegeben hat, die sich erfüllt haben. Am, das habe ich mich hier noch gescreenshottet, Juli 2021, das ist ein Jahr später, war ich auf einem Gottesdienst bei meiner besten Freundin in der Church. Und da kam eine auf mich zu, die Lopez geleitet hat, die mich gesehen hatte im Saal. Und sie hat zu mir gesagt, ich lese euch das mal vor, da kommen wir auf mich zu, und hat mir ein Wort weitergegeben über Intimität mit Jesus. Dass die nächste Phase eine sehr intime und besondere Phase mit Gott sein wird. Und dass neu eine Phase auf mich zukommt und neue Dinge. Das haben mir in der letzten Zeit schon zwei bis drei andere Personen, beziehungsweise Begebenheiten gesagt. Und auch Gott selbst führt mich gerade in eine ganz besondere Intimität mit ihm. Und rückblickend, Leute, kann ich zu 100% unterschreiben, dass diese Zeit, in der ich danach war, absolut geprägt war von Intimität mit Gott. Wirklich. Ich habe ihn nochmal so tief kennenlernen dürfen, es kam so ein neuer Wind in Beziehung mit ihm, so ein neues Feuer, das war richtig crazy. Und das hat sich erfüllt. Wisst ihr, so guter Wort hat mir das jemand gesagt oder sogar mehrere Leute. Sie hat auch gesagt, dass wenn ich in einen Raum reinkommen werde, man sehen wird, dass die Wolke auf einmal verschwindet und da, wo ich bin, Licht sein wird. Das erste Wort, das sie über mich ausgesprochen hat, war Schlüsselperson. Das ist auch richtig krass. Das kriege ich auch voll oft gefeedbackt. Also gerade auch so beim Thema Ausstrahlung und so sagen mir Menschen voll oft so, hey, du strahlst oder du bist so ein Licht oder du bist Freude, wenn du kommst und man sieht, bei dir ist irgendwie was anders und so. Seht ihr? Das ist krass. Das wurde schon damals über mein Leben ausgesprochen. Das hat Gott damals schon in mein Leben hineingelegt. Richtig, richtig heftig. Ich glaube, einer der krassesten, wirklich einer der krassesten Begebenheiten, wo Gott zu mir gesprochen hat und wo er mir Visionen gegeben hat, war im Oktober 2021. Also ein paar Monate nach dem Wort, was ich euch gerade vorgelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe. Da müsstet ihr mich mal dran erinnern, Leute. Aber ich habe es auf jeden Fall schon mal auf Instagram erzählt, weil da habe ich kurz über das Thema Fasten gesprochen und dann gesagt, dass der krasseste Fasten-Moment, den ich mal hatte mit Gott, verknüpft war mit einer Vision, die er mir danach aufgrund meines dreitigen Fastens gegeben hat. Und dass ich deshalb absolut der Meinung bin, dass Fasten so wichtig ist, Leute, weil Gott, das setzt nochmal so eine Kraft für Gottes Reden frei. Doch, ich glaube, ich habe das euch erzählt, weil ich doch bestimmt erzählt habe, wie dieser Podcast entstanden ist, oder? Weil das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil davon gewesen. Ich fasse es euch mal kurz zusammen oder erzähle es vielleicht auch gerne im Detail für alle, die die Geschichte noch nicht kennen. Ich habe im Oktober 2021 gefastet. Ich habe mir, ich weiß nicht, ich glaube selber, es war jetzt irgendwie kein Gemeindefasten oder so. Ich habe mir drei Tage genommen, weil ich hatte noch nie so wirklich lange gefastet. Ein, zwei Tage immer mal oder irgendwie einfach mal auf nur Fleisch verzichtet oder sowas. So einen Fasten habe ich schon mal gemacht oder Daniels Fasten. Aber wo ich jetzt wirklich gar nichts gegessen habe, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin auch tatsächlich körperlich nicht so dafür imstande. Mir wird sehr schnell sehr schwindelig. Also wenn ich ein, zwei Tage nichts gegessen habe, dann kann ich eigentlich nur noch im Bett liegen. Also ich habe dann gar keine Kraft mehr. Mein Körper macht das nicht so wirklich mit. Und deswegen fällt mir das so richtig krass Fasten. Manchen ist so vier, fünf Tage ja easy mal nichts gegessen oder Jesus einfach mal 40. Keiner weiß, hätte ich nicht geschafft. Aber wir wollen ja Jesus ähnlicher werden. Deswegen habe ich es mal versucht gehabt. Und dann habe ich drei Tage gefastet. Also erster Tag war noch okay. Zweiter Tag war Katastrophe. Das war so schlimm, wirklich. Ich war so schlapp. Dann bin ich am dritten Morgen aufgewacht. Und mir war so schwindelig. Ich war so kraftlos, Leute. Ich war wie so ein Waschlappen. Also ich konnte mich fast gar nicht mehr bewegen. Ich bin aufgewacht. Ich bin auf... Jele, jele wollte ich schon sagen. Ich muss mir immer in den Kopf rufen, dass ich hier kein Russisch reden kann, weil ich alle Russisch verstehen. Sorry, Leute. gerade so aufgestanden. Und dann habe ich mich an meinen Tisch gesetzt und ich weiß noch, ich habe mir noch nicht mal irgendwie was zu trinken gemacht oder Kaffee oder was weiß ich, weil ich zu Gott gesagt habe, entweder ich habe gefastet, weil ich Gottes Reden hören wollte, weil ich wirklich hören wollte, was er sagt, Vision von ihm, seine Stimme, sein Sprechen. Und ich habe mich hingesetzt und gesagt, entweder du redest jetzt, entweder ich höre dich jetzt, entweder du sprichst jetzt oder ich muss was essen. Ich schaffe das nicht mehr. Also den dritten ganzen Tag schaffe ich nicht mehr. Und dann habe ich mich hingesetzt und ich saß an meinem Tisch, Leute, die Fenster waren zu und ich spüre auf einmal einen Wind in meinem Gesicht. Like, how? Ja? Ich spüre einen Wind in meinem Gesicht, einen Windhauch. Ich instant fange an zu heulen, weil ich gespürt habe, wie krass die Gegenwart Gottes gerade auf mir liegt. Heftig. Meine ganze Wohnung war voll des Heiligen Geistes. Es war... Oh, ich kenne es heute, wenn ich davon erzähle. Und dann saß ich da und mir kamen die Tränen und ich sehe vor meinem geistigen Augenfilm eine Vision und ich sehe, wie ich vor Gott kniehe und wie er mich krönt und mich salbt. Und dann hat er sich umgedreht und hinter ihm war ein Regal und er holt aus diesem Regal eine Schachtel raus und er gibt mir diese Schachtel. Und ich öffne diese Schachtel und in dieser Schachtel liegt ein Schlüssel. Und ich frage ihn, für was ist dieser Schlüssel? Ich habe das laut ausgesprochen und sofort eine Antwort in meinen Gedanken und Gott sagt zu mir, das ist der Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Das ist krass. Und wisst ihr, was ich dann aufgeschrieben habe? Also alles, was ich euch jetzt erzählt habe, habe ich hier in meinen Notizen aufgeschrieben und dann ganz zum Schluss steht, ich wusste sofort, was er damit meinte. Er hat mich berufen. Leute, zu was? Wohin? Keine Ahnung. Er hat mich berufen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, das war meine Berufung. Er hat mich in den Dienst gerufen. Ich war damals schon, ich habe schon im Lobpreis gedient und und und, also in der Gemeinde, ich hatte meine Dienste. Aber trotzdem habe ich hier aufgeschrieben, ich weiß, was gerade passiert ist. Er hat mich berufen. Krass, oder? Ich hatte keine Ahnung zu was. Gott hat nicht gesagt, mach das und das, mach Social Media, mach Podcast, gar nichts. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, Gott hat mir die Schlüssel zu den Herzen der Menschen gegeben. Er möchte mit mir irgendwas anfangen. Er wird mich zu irgendetwas gebrauchen. Er wird mich dazu gebrauchen, dass ich die Menschenherzen aufschließen werde, dass ich sprechen darf in Menschenherzen, dass sich Menschenleben verändern werden, weil der Heilige Geist mich gebraucht als sein Gefäß, um Menschenherzen zu berühren, um sie näher zu Gottes Herz zu führen. Leute, das ist so krass. Wow. Ey, jedes Mal habe ich davon erzählt. Ich habe diese Story wahrscheinlich schon 15 Mal erzählt, aber jedes Mal, ich meine, ich komme aus dem Staunen nicht raus. Ich komme da nicht raus. Ich meine, wie groß ist Gott bitte? Es kann mir niemand sagen, dass es Gott nicht gibt. Das funktioniert nicht. Nicht mit mir. Mit mir brauchst du da gar nicht drüber diskutieren. Wirklich nicht. Das ist so krass. Und wann war das? Ein Jahr später, noch nicht mal ein Jahr. Ein halbes Jahr später. Wir befinden uns jetzt schon im Jahr 2022. Damit ihr grob zeitlich einordnen könnt, den Podcast habe ich im Juli, 12. Juli 2022 gestartet. Da ging die erste Folge online. Und das war keine Sache von, ich plane das ein paar Monate vorher, sondern das war wirklich so, ich habe mir ein Mikro gekauft. Das lag tatsächlich ein bisschen länger bei mir rum, weil ich, also Gott hat gesagt, mach das. Oder mir kam die Idee von anderen Leuten auch irgendwie so der Input. Und dann habe ich mein Mikro gekauft und das lag wirklich erstmal ein paar Wochen, weil ich so dachte, boah, ich bin noch gar nicht ready. Ich bin noch viel zu sündig. Ich habe noch viel zu viele Probleme in meinem Leben. Und ich bin noch gar nicht so ein perfekter Christ. Was soll ich denn den Leuten erzählen und so? Mach mich doch voll zum Lack auf und so. Und irgendwann dann hat Gott gesagt, setz dich hin. Ich möchte durch dich sprechen. Nicht du. Und das war im Juli 2022. Ein Monat davor, wo ich noch wirklich keine Ahnung hatte, dass ein Monat später der Podcast online geht, waren Freunde von uns aus Amerika da. Das sind Propheten. Und bei denen waren wir auch letztes Jahr zu Besuch dann in Amerika. Genau. Und immer, wenn die bei uns sind, sind so für uns echt so voll die geistlichen, ich will nicht sagen Leiter, aber so Menschen, die mich schon sehr geistlich spüren und auch mit mir voll den Prozess schon durchgegangen sind. Und diese ganzen, was ich euch erzählt habe, haben die auch so alles ein bisschen mitgekriegt und mich da so auch ein bisschen begleitet. Und dann waren die auf jeden Fall zu Besuch und dann machen wir immer so Sessions, dass wir uns mit denen hinsetzen und die einfach drauf los prophezeien. Ich habe hier eine Sprachnachricht, die ist 25 Minuten lang. Ich möchte euch aber nur einen kurzen Ausschnitt davon abspielen, der so bemerkenswert krass ist, weil das etwas ist, was sich voll in meinem Leben bewahrheitet hat. Und ich wusste es nicht, dass das, dass das ist, was Gott damit meint. Ich lasse, ich lasse euch mal mit reinhören. Ich spiele euch das hier mal ab. Ich hoffe, ihr hört es gut. Also er erzählt, ich werde immer so ein bisschen abbrechen und ein bisschen mit übersetzen für die, die Englisch nicht verstehen. Er sagt, dass wir uns jetzt halt nach diesen drei Jahren haben wir uns wieder gesehen. Nämlich haben wir uns drei Jahre alle nicht gesehen gehabt. Und dann sagt er so, auch wenn du so gesehen drei Jahre älter geworden bist, geistlich gesehen, reifetechnisch gesehen, bist du viel, viel weiter. Also in diesen drei Jahren hat Gott so viel mit dir gemacht. Das, von was wir gerade gesprochen haben, das, wo ich gerade von euch erzählt habe, diese ganzen Prozesse, durch die ich mit Gott gegangen bin. Das haben die quasi gerade noch mal bestätigt. Also Gott hat wirklich viel gemacht in dieser Zeit. Weil er große Pläne für dich hat, hat er dich wirklich wachsen lassen. Außerhalb dessen, was du selbst von dir denkst. Er sagt, du wirst jemand sein, du wirst zu jungen Mädchen sprechen, zu Frauen, aber auch zu verheirateten Pärchen. Du wirst sprechen über Dinge, durch die du schon gegangen bist, die du schon durchlebt hast, diese Prozesse, und du wirst wie so ein Guide sein, wie so ein Führer für sie. In Amerika haben wir solche Leuchttürme, Turme, Türme, und die sind dazu da, dass die Schiffe nicht gegen die Küste crashen. Sie sind wie eine Warnung sozusagen. Und er sagt, ich habe den Eindruck, dass Gott dich gebrauchen wird als einen Leuchtturm, damit die Menschen die Felsen oder diese Brüche im Leben vermeiden können. Dass sie in Beziehungen, Partnerschaften diese Steine oder Felsen vermeiden können. Auch geistlich gesehen, die Ablenkungen vermeiden können. Also du wirst zu Menschen sprechen, damit sie vermeiden können, abgelenkt zu werden von diesen super schönen, scheinenden, glitzernden Dingen, die im Leben versuchen, dich von Gott wegzubringen. Wie doch andere Menschen in mein Leben bringen, die mich erbauen werden. Ja, und dann hat er... Okay, also das war glaube ich so, das war es ja zum Thema, das wollte ich euch abspielen, weil diese Sprache natürlich geht super lang. Aber das war so zum Thema. Leute, ich wusste wirklich, wenn ich das mir jetzt im Nachhinein anhöre, das ist ja eins zu eins das, was Gott mit dem Podcast macht, oder? Also, hä? Ich rede über meine Fehltritte, ich rede darüber, wie ich schon mit meinem Schiff, gegen welche Küsten ich schon gecrashed bin, damit ich euch helfen kann, damit ihr dagegen nicht crasht. Das ist so krass. Und ich höre mir diese Prophetie an und ich denke mir nur so, wow, wow, so menschlich gesehen, du kannst das nicht wissen. Woher wollte er das wissen? Das ist so absolut Gottesreden in meinem Leben und diese Prophetie hat sich so krass bewahrheitet. Leute, das ist so, ah, ich liebe das so, wenn Gott spricht, das ist so, ah, das ist so unglaublich, unglaublich wertvoll, wirklich. Ich hoffe wirklich, dass ein bisschen von dem, worüber ich dir jetzt erzählt habe, dass sich das so ein bisschen ermutigt, auch einfach fester und tiefer in Beziehung mit Gott einzusteigen und auch wenn du jetzt vielleicht noch am Anfang bist und noch nicht das fertige Brot bist, mit dem Gott andere nährt, sondern du bist vielleicht noch irgendwie der Same, der gerade in den Boden geworfen wird oder du wirst vielleicht noch in den Boden geworfen, es kommt vielleicht erst noch diese Season, wo Gott wirklich sagt, okay, wir müssen da jetzt runter, damit wir Frucht bringen können, dann remember this world, so erinnere dich bitte daran, dass Gott noch nicht fertig ist, dass er einen Plan hat. He is not done yet. Das ist etwas, was er mir in den letzten zwei, drei Wochen voll, dieser Satz klingt die ganze Zeit wieder in meinem Kopf. God is not done yet. Er ist noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig mit dem, was er vorhat, wirklich. Fang an, Gott mehr zuzutrauen. Fang an, ihm wieder das zuzutrauen, wozu er fähig ist. Er kann so viel mehr, als du dir vorstellst. Leute, also ich meine wirklich so. Ihr habt jetzt einen kleinen Eindruck dessen bekommen, was Gott in meinem Leben gemacht hat und das ist ja ein absoluter Beweis, oder? Da kann mir doch niemand mehr sagen, Gott wirkt nicht, Gott existiert nicht. Gott, er hat mir so viel Vision gegeben und so klare, deutliche Worte und da sind noch ganz viele Beweisungen auf meinem Handy, die noch offen sind und ich weiß, weil Gott schon so viel erfüllt hat in meinem Leben, dass auch die eintreffen werden. Ich weiß, dass die eintreffen werden und aus dieser Wüste, in der du dich jetzt vielleicht gerade befindest, da werden Blumen blühen. Diese Einöde, die wird wieder aufgeweckt werden. Lass mich dir einen Vers vorlesen, den habe ich auch in meiner, das war so ein bisschen der Leitfaden der Predigt. Da steht in Jesaja 35, Vers 1. Die Wüste und Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knien. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er selbst kommt und wird euch retten. Boah, das ist so kraftvoll. Das ist so heftig. Dann werden die Augen der Blinden aufgeteilt und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Vielleicht fühlst du dich jetzt so ein bisschen so. Also ich habe mich damals so gefühlt. Ich war wie blind, ich war wie taub. Ich habe nichts mitbekommen, nichts gesehen, nichts gefühlt, nichts gehört. Er wird deine Augen auftun und deine Ohren werden wieder hören. Dann wird der Lame springen wie ein Hirsch und die Zunge des stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der einöde Gott. Leute, Gott macht Unmögliches möglich. Ich möchte das voll in deine Situation gerade reinsprechen. Gott macht Unmögliches möglich. Es kann sein, dass ich ein paar Punkte vergessen habe, die ich irgendwie erwähnen wollte oder vielleicht auch ein paar Worte, bestimmt noch um einiges mehr Worte, die Gott mir gegeben hat in dieser Zeit. Aber das waren jetzt, glaube ich, so die prägnantesten, an die ich mich erinnere. Und ich wünsche mir das so sehr auch für dein Leben wirklich. Und ich glaube, dass Gott Hoffnung schenken möchte. Das ist etwas, was er mir voll aufs Herz gelegt hat zu den letzten Wochen. Gib den Menschen Hoffnung weiter. Leute, wir leben in einer Welt, die ist so depressiv, die ist so heruntergekommen. Es passieren so viele schlimme, negative Dinge. Und genau in diesem Moment will Gott Hoffnung sprechen. Und er will Freude bringen. Manchmal erst durch Prozesse, damit dann diese Freude kommen kann, damit die auf etwas gegründet ist. Aber lass das zu in deinem Leben. Renn da nicht raus. Renn wirklich nicht aus diesem Prozess raus. Frag Gott, was er damit gerade vorhat. Und nimm dir Zeit für ihn. Nimm dir Zeit für sein Reden. Geht mit ihm spazieren, Leute. Geht raus in die Luft. Geht in die Natur. Jetzt wirklich nutzt den Frühling komplett aus. Ich habe das damals so oft gemacht und das hat mich getragen. Also ohne das wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Ohne das wüsste ich nicht, wo diese ganzen Eindrücke hätten zustande kommen können. Ich habe mir bewusst Zeit für Gott genommen, weil ich verstanden habe, ich kann ohne ihn nicht. Also ohne Gott, ich werde wirklich eingehen. In meinem Zustand, in meiner Depression, ich werde eingehen. Und deswegen, ich wünsche mir das richtig für dein Leben. Ich hoffe, dass das, was ich gerade so ein bisschen mit dir geteilt habe, dass dir das ein bisschen was geholfen hat. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Schreib mir super gerne einen Kommentar, auch wenn du irgendwelche Fragen hast oder so. Ansonsten freue ich mich sehr aufs nächste Mal und ich möchte euch segnen. Schreib mir super gerne einen Kommentar. Schreib mir super gerne einen Kommentar. Schreib mir super gerne einen Kommentar.